Willkommen zurück in einem neueninen Episode von Tumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi-dumoi. Hahaha! Willkommen zurück, Freunde. So, wir haben wieder Fettplattenplatz frei und, äh, untenrum alle Mann hoffentlich auch unbekleidet heute, denn das ist die offizielle Unten-Ohne-Folge am, ich weiß gar nicht, wie vielten, ich glaub, könnte der 3.10.2017 sein. Ähm, naja, werden wir mal sehen. Äh, zumindest, glaub ich, mein Kalender sagt sowas ähnliches. Naja, willkommen, schön, freut mich, dass ihr es wieder mal geschafft habt und mir dabei zuseht, wie ich einfach Löcher in die Erde steche. Ich meine, das ist doch auch eine Beschäftigung, die den Menschen schon seit Urzeiten eigentlich irgendwie beschäftigt, ja. Vielleicht ist dieses Spiel deswegen so interessant, ja, weil wir irgendwie den Drang haben, Dinge in der Erde zu finden. Vielleicht definiert sich der Mensch am Ende doch nur auf Dinge, die er aus dem Boden zieht. Eigentlich leben wir nur von Dingen, die wir aus dem Boden ziehen. Der Boden ist für uns Menschen eigentlich genauso wichtig, ja, wie fucking Wasser. Und Wasser liegt ja letztendlich aufgrund unserer wunderschönen Rotationen, Schwerkraftserzeugung, Gravitationswellen, bla bla bla. Zumindest liegt das Wasser auch eigentlich auf dem Boden. Also ist der Boden für Menschen einfach das Wichtigste. So, ähm, jetzt kaufen wir uns einen schönen Stock. 5%, 5%, da können wir ruhig hier so irgendwo bei 50 einsteigen, hä? Also, weil wir haben Kohle ohne Ende und ich brauche dringend, dringend einen großen, großen Aktienvorteil, weil, schau mal hier, Joshua, der hat zwar auch schon 18%, aber der hat kein Geld mehr. Joshua ist hier, Joshua kann nichts kaufen. Wer keine Profite macht, Joshua, der fliegt raus. 5%, komm schon, die will ich, die will ich, die will ich. Yes, oh, die nehm ich, die nehm ich mit, auch wenn sie ein bisschen teuer waren. Ricardo, yes, let's head back to town. Okay, Alter, 31%, mir gehört fast ein Drittel. Ich hab auf jeden Fall schon Stimmrecht. So sieht's aus. Ich hab auf jeden Fall schon Stimmrecht und kann sagen, was ich will. Kyle, was hast du im Angebot? Hm, Left Inc, niemals unter 89. Was? 73? Nee. Nimm mir die Left Inc. Ganz klare Sache. Wieso Blanche, ey, ich hab zwei Diamanten. Ich bin super heftig. Guck mal, ich bin fucking Ricardo, Alter, und ich hab 31%. Weißt du, was das so bedeuten hat? Ich werde der neue Bürgermeister von Tomoili-Oili-Oili-Oili-Oili-Town und werde dort extrem gewinnen. Okay, ähm, you need to clean your place, äh, the land, the town hall. Okay, dann, äh, brauchen wir noch Land. Na klar brauchen wir Land. Ohne Land kann man nicht bohren. So, jetzt machen wir mal ganz kurz hier eine Übersicht. Wo hab ich denn grad gedrillt? Hier bei dem 37er hab ich gedrillt. Hm, 47, 49. Ich glaub, dieses kleine Feld hier hinten würde mir gut gefallen. Oder das große hier. Hm, 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 hm. Okay, okay, geh mal auf. Ich will das große. Haha, ich will das große! Guck mal, die soll alle abhauen. Weil ich jetzt auf dem großen Feld sitze. Wobei das hier unten vielleicht auch nicht schlecht ist, ne? Die holen... Vielleicht haben die Glück. Man weiß es ja nicht. Man kann es ja nur ungefähr abschätzen. Ich mein, hier waren die richtig Dicken. Schaut euch das mal an. Hier war ja ein fettes Feld. Naja, okay. Ähm. Let's get back outside. Okay. Ich liebe diese Musik. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach fucking geil. Freunde, was haltet ihr davon? Wenn ich eventuell, hab ich überlegt, mit Factorio anzufangen. Hätte jemand von euch Bock auf Factorio? Lasst es mich wissen. Ja, wenn ihr Bock habt. Vielleicht mach ich auch hier oben rechts gleich so ein kleines Blub. Mal schauen, wenn ich dazu komme. Mach ich da so ein Anmerkungsdings mit rein. Äh. Factorio wäre natürlich auch was, was ich eventuell... Müsste ich mal gucken, wie das zeitlich halt passt. Ob ich da mit Keesjaw vielleicht zusammen sogar was starten kann. Der Mann ist ja immer im Business, ne? Du, 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 du. So. Erstmal anzapfen. So. Bauen wir einen Silo Geilo. Und ein paar Horsewagons. Da haben wir 89. Also bitte fahrt erstmal einfach verkaufen. So riesig ist das Feld nämlich jetzt auch nicht. Ist der Mole schon fertig? Willst du mich molehen oder was? Ach, Turm-Mole. So. Na gucken wir mal. Jetzt mach ich mal hier so die Doppel-Mole-Tactics. Oh, da ist auf jeden Fall irgendwas. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Aber was? Ist das Gas? Oh, so ein 100er-Mini-Scan. Ja. Natürlich ist das Gas. Was denn noch sonst? Ey, jetzt sag mir nicht, ich hab hier das Gammelfeld abgekriegt. Ich hab grad so viel Geld ausgegeben. Ach, Kacke. Ich will nicht, dass es ein Kackfeld ist. Hä? Achso, ich hab an der Maus gedreht. Nein! Hier. Wo ist das Öl, Leute? Wo ist das? Mauls! Oh, Mann. Ey, da ist doch nicht nur so ein kleiner Ölfleck, oder? Ach, da unten ist noch was. Vielleicht find ich ja unterwegs irgendwie noch was, wo ich nochmal reinstechen kann. Weil das ist jetzt grad echt wenig. Das ist echt grad super wenig. Ich will mehr Öl. So. Jetzt kann er hier schon mal pumpen. Ja gut, wir müssen trotzdem ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen, ne? Ah. Uhlala! Ich hab aber kein Geld mehr für den Maulwurf. Oh, oh. Oh, oh. Gucken, ob wir da noch was finden. Okay, das ist doch schon mal gut. 1,5, Leute. Verkaufen. Shit. Jetzt geht er wieder runter. Oh, Mann. Na, egal. Wir haben ja jetzt hier erstmal eine kleine Saftquelle noch gefunden. Ein Mauli brauche ich auch auf jeden Fall. Bitte nicht spillen. Ich hab echt nicht so viel Kohle im Moment, Leute, um mir das leisten zu können. hinterher muss ich noch meine Diamanten verkaufen. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Ne, Moment. Hey, hey. Ihr könnt eigentlich alle verkaufen fahren, die ganze Zeit über. Hier kriegst du auch noch einen Wagen. Damit du dich hier nicht überspillst, kann der ja ein bisschen in Silo tanken, notfalls. Ähm, ich wollte mal mit dem Scanner kurz hier. Okay, okay. Ähm, ich verstehe, ich verstehe. Dann brauche ich den Scanner hier nochmal kurz. Okay, aber da kann ich einfach durch, oder? Wenn ich jetzt, ich mache jetzt mal so. Oh, das war teuer. Warum ist das so teuer? Naja, okay. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Äh. Ich kann doch da einfach durch, oder? Mache ich mal hier kurz ne, ne Bohrung rein, damit hier der Druck... Jetzt müsste er doch da durchgehen. Ja, genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, gefällt mir das, weil das erste Loch haben wir schon leer gepumpt. Na, vielleicht holen wir doch noch ein paar Euros, holen wir noch hier raus aus dem Loch, hä? Na komm. Dann machen wir jetzt... Aber jetzt wird's hardcore, Freunde. Jetzt wird's hardcore. Jetzt wird das Ding nämlich bluten hier. Die Karte wird bluten. Ich sag's doch. Sie wird bluten. Blute! So, die Wagen war ein bisschen gepimpt. Bisschen schneller, bisschen schicker, bisschen voller. Und da ist der Preis immer noch gut. Also hier richtig schön verscheppern. Dann machen wir hier noch einen Maulwurf rein. Und mal hier noch einen Maulwurf hätte ich gern. Und da hätte ich noch gerne einen. Und hier noch einen. Jetzt kann der hier den Boden mal so ein bisschen auslullern. Damit wir mal... Boah, das ist ja eine richtig dicke Höhle hier, hä? Okay. Nice. Also, ich hab das Öl gefunden. Es war nur sehr tief anscheinend in dieser Karte. Aber dafür hab ich nen dicke Die Diamond. Haha, sagst du jetzt! Erst spotten sie. Und dann irgendwann... Gewinnst du. Haha. So, ich denke mal... Dass wir jetzt an nem Punkt sind. Ey, die Write Inc. hat aber heute nen schlechten Tag, oder? Die Write Inc. hat heute nen schlechten Tag. Juni. Ich denke, das reicht, oder? Ich denke... Uh! Da hab ich doch noch mal Xenger! Ey! Ohuui! Es ist schon Juni! Ja, komm, da können wir noch mal 500 investieren hier für schneller bohren. Das macht ja nix. Guck dir das Ding mal an hier. Das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Da kann ich richtig absaugen. Komm schon! Ich will das Rohr noch dicker haben. Gibt's irgendwas... Gibt's ein Upgrade, das er von Natur aus schneller drillt? Müssen wir mal schauen. Weil irgendwer hat auch mal geschrieben, du musst schneller drillen, aber... Was man nämlich immer alles so muss im Leben, ne? Das ist natürlich immer die Frage. So, da bleiben wir hier. Guck mal, das können wir zumachen. Das Ventil. Auch wenn's mich super reizt, hier noch ein bisschen rumzuscannen eigentlich, ne? Ach, komm schon. Ich will's einfach wissen. Ich will's einfach wissen. Aber da ist nichts. Das war jetzt auch dumm irgendwie. Naja, 89. Sind wir immer noch dabei. Sind wir immer noch dabei. Komm, hier ganz unten in der Ecke ist. Interessiert mich halt immer, ob hier sich noch was versteckt. Im Eckenloch. Aha! Da haben wir noch einen kleinen Spucker gefunden. Können wir das Ventil wieder öffnen. Der pumpt sowieso hier. Na, da bin ich schon wieder an der Spill-Grenze fast. Ein Pferd noch. Haha! So, und dann hab ich eh nur noch die große Quelle hier. Das kann ich closen, ne? Dann haben wir erhöhten Druck. Dann geht's ein bisschen schneller. Boah! Richtig gute Preise. Eins, drei und vier und drei. Oh! Wow, 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 wow. Oh! Alter! Im Oktober. Oh, oh, oh. Ui! Da kommt der Rat nochmal am Ende des Jahres. Aber wir haben eh nichts mehr. Cool. Hau weg, das Level! Yes! Yes, Alter! Alles! Alles! Raus, oder? Wie war da? Ja, gut. Ich weiß nicht, ob die Gaslöcher jetzt mitzählen. Warte mal. Oder hab ich irgendwo noch Öl vergessen? War hier noch so ein kleiner Spritzer irgendwo? Nee! Hm. Naja. Da seht es euch an. Kein Spillage. Earnings. Richtig geil. Barrels. Earned. Im Durchschnitt. Also Left Inc. ist einfach gut gewesen, diese Runde. 28.000. Kreis macht die Kohle. Kreis macht die Kohle. Alter. Richtig geil. Dü-dü-dü-dü. Daphne. Anthony sagt, für einen Diamanten zeige ich dir ein geiles Land. 50% Spillage. Shit. Reduce next year interest. 50%. Da ist jetzt eigentlich nichts bei, außer give me some land, oder? Hauen wir einen Diamond raus. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Also das heißt, am Ende, wer die meisten Diamanten hat, wird doch Bürgermeister. Aber leck mio. Am Glas. Okay. Gehen wir zuerst mal wieder in die Stock Auction. Weil, bevor ich mein Geld für zu viel Land ausgebe. 6%. Boah. 6%. Aber die haben alle nicht viel Kohle. Vielleicht können wir mit 30 oder so einsteigen. Was? 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 Okay. Shit. Daisy. Alter. Daisy kommt mir echt nah. Daisy kommt mir nah. Oh Daisy. Du kommst mir so nah. Fass mich an. Dü-dü-dü-dü. Kreis ist ein bisschen fertig. Alter, hier soll ein gutes Land sein? Hier soll mittendrin ein gutes Land sein? Würdest du Huhn? Boah. Die kloppen sich hier oben richtig übel. Und ich mach chilligen. Aber das heißt, ich spare diese Runde. Und wenn es wirklich ein gutes Land ist, dann hab ich noch eine Chance, in der nächsten Runde Bürgermeister zu werden. Oder in der übernächsten? Ich weiß gar nicht so genau. Aber irgendwann muss ich ja auch mal Bürgermeister werden. Okay, wir sind technisch immer noch überlegen. Wie ihr seht, hab ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig hohe Gewinne im Gegensatz zu den anderen Leuten. Das heißt für uns alle, es wird eine good time. Hoffe ich mal. Aber diesmal konnten wir niemanden bestechen. Ist natürlich schlecht. Weil da muss ich immer ein bisschen mehr auf die Preise gucken. So, dann müssen wir mal abwarten. Das ist der Gute hier. Guck mal, hier können wir auch noch den Maul rein diggern. Darf ich sie diggern oder duzen oder siezen? Was wollen sie? Ich sing heute vor mich hin. Ich hab heute gute Laune. Ich hab eigentlich oft gute Laune in letzter Zeit, muss ich sagen. Aber es macht gerade richtig Spaß. Oh, grad nochmal so dran. Und dann mal hier. Das scheint ja auch eine dicke Quelle zu sein. Pferdchen. 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 76. Oh oh, jetzt muss ich ja verkaufen. Aber da unten links scheint nicht so viel zu sein. Man, ey, für so einen 70er Kurs ist das natürlich nicht so geil eigentlich, ne? Lassen wir mal einen verticken, damit wir Geld verdienen. Und die anderen können ja erstmal hier ein Silo pumpen. Das finde ich schon ein bisschen frech. 70. 75. 75. Links geht's hoch. Links geht's hoch. Sehr gut. Auf, auf, mein Freund. Auf, auf. Jetzt machen wir das Geld. Ja. Jetzt kommt's. Guck mal, wie spürt ihr das? Wie es fließt. Wie es fließt. Das schöne Geld. Das schöne Geld. Ich mein, unser super Berater hat gesagt, hier liegt Kohle in der Karte. Und noch ein Horsey Wagon. Das können alle verkaufen. Alle verkaufen. Mehr. Mehr. Vielleicht kann man hier mal ein bisschen investieren jetzt, wo man weiß, hier soll irgendwo ganz viel Öl liegen. Aber hier einen fetten Scan, hier einen fetten Scan. Drei dicke Scans müssen dann aber auch reichen. Aber jetzt haben wir auch gerade einen richtig geilen Kurs. 1,17. Das passt schon. Das ist schon, schon nicht schlecht. Jetzt können wir auch richtig zapfen hier. Vielleicht machen wir direkt mal einen Wagon Upgrade. Ich weiß auch nicht, was der Typ als gut versteht, ne? Das ist natürlich auch so eine Frage. Was definiert denn unser lieber Herr, der mir jetzt hier die Karte empfohlen hat? Was empfindet der als gute Karte? Ich glaube, hier ist nichts. Wir scannen erstmal die Mitte. Ne, wir scannen erstmal rechts. Ich habe das Gefühl, rechts könnte der Gral liegen. Oh, und da ist er. Der Gral. Der Doppel-Gral. Alter. Da haben wir ihn schon. Oh, oh. Preise. Preise checken, Kreis. Fast Drilling. Ihr kriegt jetzt gleich schon wieder was. So. Oh, Mann. Der baut Druck auf hier, der Wagen. Oh, oh. Wagen Upgrade muss sein, glaube ich. Huhu. So, ihr könnt mal alle verticken fahren. Sonst ist das Silo auch gleich voll. Und dann haben wir ein Problem. So, dann könnt ihr euch nochmal hier kurz verschnaufen. Ja, da ist jetzt eh alle dann, oder? Ah, ne. Okay. Aber da unten kriegen wir einiges raus. Da unten kriegen wir einiges raus. Jetzt können wir hier nochmal den Tausender-Scan der Glückseligkeit in die Mitte setzen. Wo ist er, wo ist er? Der Schatz der goldenen... Die goldenen... Äh... Eva? Gibt's irgendwo in irgendeiner Mythologie die goldene Eva? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt irgendwo einen braunen Adam. Aber der ist dann, äh... Das ist eine andere Kategorie. Damit haben wir nichts zu tun. Ne, das ist es gewesen, Freunde. Das ist es gewesen. Jetzt absaugen und Ende ab nach Hause kassieren. Eins, drei, ein Euro, ein Dollar. Jetzt ist hier ein Dollar. Dann bitte rüber auf blau. Jawohl. Na komm. Hey. Na, ein bisschen Geld sparen hier. Ein paar Leute können natürlich weiter verkaufen. Alter. Jetzt haben wir aber einen Tief hier. Können wir das irgendwie... Oh, oh. Mein Silo ist gleich voll. 54, 55 Juni. Es ist Juni, komm schon. Na komm. Sein muss, muss sein, hä? Dann fahrts mal verkaufen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Jetzt geht der Kurs wieder hoch. Hätte ich mal ein Silo mehr gebaut, hä? Okay, da sind wir wieder auf über... Oh. Es sind die kleinen Scents, die es ausmachen. Es sind die kleinen Scents, die es ausmachen. August. Zack. Stop the Level. Oh, naja. Guck mal da. So ein kleines Spuckerchen haben wir verpasst. Na, und einen Diamanten haben wir verpasst. Naja, naja. Die Summe macht's aus. 25. Schauen wir mal, was die anderen gemacht haben. Tja. Oh Gott. Freunde. Es tut mir leid. Ich muss mich am Ende solcher Folgen immer natürlich selber loben, weil ich so ein heftiger Bohrer bin. Aber das ist schon echt heftig. Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es war mir eine große Ehre. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Piep, piep.